. So, die Panzer hat geklappt. Sehr schön. So, die Klaiber kommt rein. Und ich darf die Muni-Piloten schon wieder nachziehen. Dann heißen ihre Segler und Autosegler. Start nach der Bank. So, Start bei. Na, zusammen. ... ... ... ... ... Und jetzt hier noch, der kleine Mann ist der Jens, der fliegt die Fällerkannikator. Und jetzt geht's gerade gut. Der Uwe hat, Uwe Riebier, Geschäftsführer, zusammen mit Matthias Paul von der Firma Paritech. Das ist höchstwahrscheinlich sein Bruder Holger, der da hinten dran hängt. Die ganze Familie Höchstmann ist im Moment in der Luft. Vater ist der Hans, die beiden sind der Thomas und der Holger. Das ist die Nummer, der Sportjahr. Die zwei Fahrer sind in der Luft. Halleluja Die 2.50er Das ist eine große Herausforderung. So, die Pfeffer kommt rein. Und ich darf die Uniplex-Ziefpiloten schon wieder nachziehen, dann heiß ihre Segler und Autosegler starten nach der Bank. So, starten bei! Na, zusammen! Ja, Mann! 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 Ich habe mit볕 Reliefvo gesagt auf. Das ist höchstwahrscheinlich sein Bruder Holger, der da hinten dran hängt. Die ganze Familie Höchstmann ist im Moment in der Luft. Der Vater ist der Hans, die beiden sind der Thomas und der Holger. Das ist ein Schreifer. Ich frage die Acht, das ist ein Schreifer. Das ist ein Schreifer, das ist ein Schreifer. Der Eurot 3 ist auch gut. Der Eurot 3 ist auch gut. Der Eurot 3 ist auch gut. Und mit einem großen Applaus Dank dem Polisenschutz Schleppertrott Und heute bin ich mit dem Lexiklo Gleiches nach unten Klappen gesetzt Und gut aus Ulin, jetzt auch Butterreich, DG1000 Und Ihnen da einen großen Applaus Für unsere ganzen Schlepper Und Segelpiloten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017